Sonst sind sie alle schon da und ja gut, die werden das letzte Ding jetzt hier halten bis zum Verrecken. So, das sind wir wieder, meine Freunde. Kurze Unterbrechung gegeben, aber jetzt geht's leider. Oh gut, Unterbrechung war gut, 10 Minuten, also jetzt. Ich hoffe, es funktioniert noch alles. Mein Mikro hat gerade ein bisschen gebackt. Nein, kein Sound. Das können wir ändern. Audio-Standard-Werte. Ja, jetzt ist es viel zu laut. So, jetzt die letzten 10 Minuten, meine Freunde, geht man noch mal richtig Gas. Wir gucken, dass wir jetzt an die letzte Verstärkerstation rankommen, um sie einzunehmen. Aber wir brauchen noch ein bisschen mehr Power, auf jeden Fall, um da ranzukommen. Wir müssen halt durchwaschen. Sie kommen per Galaxy Drop da oben, fliegen sie. Da müssen wir ja, sonst kommst du nicht rein und jetzt ist sie schon geplatzt. Ich weiß nicht, ob sie... Ne, sie leben noch alle, sind abgesprungen, frühzeitig. Nein, da liegen sie noch. Sehr, 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 sehr. Alle down. Blue Angel noch. Neemron tot. Amerikako tot. Mass of Disaster lebt noch, ich lebe noch. Sonst sind sie alle schon down. Na gut, die werden das letzte Ding jetzt hier halten, bis zum Verrecken. Komm, ja, wenn wir nahe genug rankommen, sind wir glücklich. Team Alpha, Beta ist... Äh, der... B, B, B... Team B ist da reingesprungen. Aber ich weiß nicht, ob sie sich halten können. Die Mosi ist down. Da ist ein Geschütz, der ist schon auch besetzt. Sprengen wir das Geschütz. In die Elite. Aber ich habe das Geschütz weggemacht hier, geschwind. Sonst bringt das nichts. B, ja, cool, aber... Ja, puh, da sind jetzt nur taktische Spieler drin, also... Das wird schwer, da überhaupt noch ranzukommen. Na genug. Oh, doch, Spawn Beacon gesetzt. Super, das wäre genial, wenn ich mir Spawn Beacon reinkomme. Da komme ich auch noch rein. Da geht noch was. Ich habe es in Morin. Aber ich glaube nicht, dass wir es schaffen gegen Fu und Ine. Das wäre ein... Ein Ding der Unmöglichkeit, dass wir da noch um nah genug rankommen. Überhaupt ankratzen. Oh, C, Hammer. C, Hammer, C, Hammer. Oh, oh. Treiben wir uns auf eine Spawn Beacon, die müssen wir halten, die Spawn Beacon. Oh, wir haben C, das ist super, wir haben einen Spawn im Raum. Wir haben einen Spawn, das ist super, 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 super. Und jetzt gibt Gummi, Gummi, Gummi... Oh, wir verlieren C, shit. Ja, gut, gegen Ine Elite, die... Gewinner vom Server Clash. Nein, nicht, aber vom... Community Clash. Ich glaube nicht, dass wir uns da lange behaupten. Oh, oh. Na, das sind so wie mit ihren Mossies. Aber unsere Kämpfen auch nicht schlecht. Wir sind halt ver... Was ist denn das für ein Team? An 14? Kenn ich gar nicht. Fuck. Jawohl, es gibt Gummi. Ich umgehe die Ding hier mal ein bisschen. Ich hätte hier mal oben auf der Empore, Empore. Gass, Jungs, sechs Minuten. Wenn wir jetzt nicht anfangen, einzunehmen, wird es eng. Oh, leck, bin ich schnuchhaft. Fuck, okay. Komm, Alter. Na, in den Rücken geschossen einer, Demi. Ach, Mann, Demi. Ja, wir haben wieder einen Punkt. Wir haben B. Wir haben vielleicht C. Ich weiß nicht, ob wir C kriegen. Aber es sieht gut aus. Sunny, ja, Amerikako. Ja, wir haben C. Langt das noch? Sechs Minuten. Ah, das langt nicht. Außer wir kriegen jetzt noch A. Aber, ich glaube mir, das werden die jetzt Deffen ohne, ohne mit der Wimper zu zogen, ohne Ende. Dass mir jetzt die Zähne ausbeißen werden an A. Aber ist ja mal geil, so ein Ding zu gewinnen. Ich werde zwar nicht viel bekommen, weil ich nur die letzten 20 Minütchen dabei bin. Oh, jetzt trefft mich dieser Dreckspanzer. Redneck, Waffnecks auch noch da. Boah, alle guten, äh, TRs, äh, Outfits. Und B, sie verlieren, ah, sie verlieren, ah, noch nicht. Aber da versucht sich ein Trupp reinzuschleichen, zu A, und sie kommen her, sie kommen ran. Und alle tot. Auf einen Streich. Und wir verlieren C. Wir verlieren wieder C, das ist doof. Ich muss gucken, dass ich da hinkomme. Wie komme ich zu C? Fünf Minuten. Jetzt bin ich wie am Arsch der Welt gespawnt. Ach, da bin ich blöd gelaufen. Wir haben B. Oh, mir halten wir noch zwei Minuten. Generator stabilisiert. Nein, wir verlieren A, wir verlieren C schon wieder. Oh, das war so knapp, wir hätten es fast geschafft. Ihr habt gesehen, dass es mir, dass es echt eine knappe Entscheidung war. Wir können A halten. Können wir A halten? Dann kriegen wir auch wieder C, wenn wir A halten können, dann kriegen wir C. A ist Schnittpunkt zu B. Boah. Was war das? Oh, wir haben auch A verloren. Ich glaube, komm, dass wir das halten. Das Tempo halten können. Cue-Cue-Cue-Cue-Cue. Was Cue-Cue? Mehr und B nur noch. Na gut, das langt jetzt nicht mehr. Aber wir haben tapfer gekämpft auf jeden Fall. Und die haben deutlich auf die Fresse bekommen. dass sie eigentlich so gut sind sind ja sie halten es zwar aber auch souverän ist was anderes dass sie uns durchschlagen drei minuten sind lang nach drüben sitzen sie die geier und kämpfen sie verlieren auch wieder a verlieren sie es weiß nicht wer für wen was kriegt gerade kommt zwar auch nicht an den generator ich bin blöd und lass mich so einfach abknallen b haben wir noch aber drei minuten wir sind alles nach a schieben und der rest ein kämpfen das ist ein kämpfen können und können wir einfach mehr zwei stück noch mitgenommen kopfschuss und 1000 xp gekriegt ist da unten da kommst du nicht dran nicht ohne gescheite feuerunterstützung die haben man nicht und so viele gegnerische mosses wiederum fliegen da gibt es auch keine panzerstation kommen wir nicht dran schade 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 es wird zu schön gewesen das noch zu bekommen vier minuten 220 haben wir noch wir müssen die erst mal halten können ohne dass man dauernd auf den sack kriegen das zu verlieren da kommen sie schon wieder zu c aber jetzt bekomme ich auch zu c gibt noch mehr ein bisschen power schub rein das sind unsere das nicht das ist meine deckung ja gut sie kommen wieder im großen red oktober natürlich auch noch mit dabei waren auch nicht genug gegner haben kommt noch jetzt mal ein abflug machen ja heute oktober position hat er hat mich eben getötet der arsche es gut ist zurück b ist safe aber ein paar arbeiten sich zu a nummer sechs aber sich zu a vor das sind kommentator spielen nach sich zu a kommt er nah genug ran was hat so alles bei b jetzt kämpft wo ist da keine sand die da kommt nicht nah genug ran schade und wie lange haben wir noch minute 46 sekunden das lag eh nicht mehr egal was wir jetzt noch machen wir kriegen es vielleicht komplett eingenommen weil es über die drei minuten rauslauft wenn wir den Rast wegdecken alter wer war das wo war das war da oben hocken sie ey ich glaube ich counter ja ihm er